Was relativ harmlos mit einer vermeintlichen Diskriminierung am Arbeitsplatz begonnen hat, ist jetzt aufgrund des offensichtlich erscheinenden Fehlverhaltens von der Zürcher Bezirks- und Ersatzoberrichterin Simone Napols zu einem Richterskandal geworden. Aber als wäre das nicht genug, verweigern jetzt die Zürcher Gerichte nicht nur eine Untersuchung, sie decken die Frau sogar. Und dies lässt diesen Richterskandal zu einem veritablen Gerichts- und Justizskandal anschwellen. Was jetzt noch fehlt, sind nur noch die Staatsanwälte, die genaue Untersuchungen verweigern, obwohl nichts Geringeres als die Glaubwürdigkeit des Zürcher Justizwesens als Ganzes auf dem Spiel steht. Live und mittlerweile nur noch teilzensiert, kann trotzdem jeder Schweizer miterleben, wie gewaltig es stinkt im Zürcher Gerichtshaufen. Warum bis jetzt die Gerichte kollaborieren und zugunsten von Napols Plattformen wie Rumble oder die Weltwoche juristisch bedrohen, aus meiner Sicht regelrecht erpressen, erschliesst sich dem gewöhnlichen Schweizer Bürger kaum. Denn es gibt erdrückende Indizien, dass Richterin Napols nicht nur ethische, sondern auch juristische Vorgaben an ihr Amt schlicht und einfach nicht erfüllt. Es wäre ein einfaches gewesen, einfach zum Beispiel folgende Pressemitteilung herauszugeben. Wir haben von den schweren Vorwürfen gegen unsere Richterin Kenntnis genommen. Auch wenn wir von der Unschuld überzeugt sind und diese Aufnahmen möglicherweise illegal aufgenommen wurden, werden wir uns diesem Fall widmen und der Sache schonungslos auf den Grund gehen. Denn die Glaubwürdigkeit der Gerichte sind ein Grundpfeiler unserer Demokratie. So einfach wäre es. Stattdessen scheint es nach der Heflideckel-Strategie zu verfahren. Sogar die superprovisorische Verfügung gegen die Weltwoche wurde von Napols und dem Bezirksgericht gemeinsam, also in Kollusion könnte man fast formulieren, verfasst und eingereicht. Diese Verfügung, die die Weltwoche gezwungen hat, sogar den bereits zensierten Artikel komplett vom Netz zu nehmen, ist übrigens nicht etwa erfolgt, weil irgendeine Falschinformation vorgelegen wäre. Nein, keiner bestreitet die Richtigkeit des Artikels. Alle Fakten stimmen. Der Artikel ist Richterin und Gericht einfach nicht genehm. Der Artikel ärgert sie. Nicht, weil der Artikel falsch ist, sondern weil er wahr ist. Weil dort zu Recht darauf hingewiesen wird, dass in einem Zürcher Gericht schreiendes Unrecht als Recht verkauft wurde. Dass das Recht verkauft wurde für die primitiven Gefühle einer grünverseuchten Politikerin, der es ein Vergnügen war, einen Menschen im Regen stehen zu lassen, nur weil er nicht geimpft war. Wenn sie damit durchkommen, werden sie auch weiterhin mit allem anderen durchkommen. Und darum ist dieser Fall aus meiner Sicht der Fall, der das Fass nun endlich zum Überlaufen bringen muss. Und darum ist es wichtig, dass möglichst viele Bürger ihrer Pflicht nachgehen und möglichst alle unbestrittenen, wahren Details über diesen Fall in den sozialen Medien verbreiten. Denn der Gerichtshaufen kann womöglich einzelne Personen oder einzelne Verlage ausbremsen, aber sie können nicht Tausende stoppen. Und auch wenn es der Gerichtshaufen in seiner Arroganz nicht für möglich hält, sie können zumindest dieses eine Mal auch nicht verhindern, dass die hässliche, stinkende, primitive Wahrheit über ihr Gebaren der breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Ich hoffe, dass jeder, der dieses Video sieht, seinen Teil dazu beiträgt.